Hallo und herzlich willkommen zum Audio-Rezept für Tomatengraté. Ein Grateng, eine feine mit Käse überbackene Köstlichkeit aus dem Ofen. Besonders fruchtig und geschmacklich ein Hit für Freunde der Tomaten ist das Tomatengraté ein Hochgenuss und nie ein Fehlgriff. Für eine Gratinform, Vorspeise ca. 8 Personen, Hauptspeise 4 Personen werden folgende Zutaten benötigt. Grateng 1 kg vollreife, geschmacksvolle Eier oder Fleischtomaten 400 g altbackenes, entrindetes Weiß- oder Toastbrot 2 Knoblauchzehen Bund Frühlingszwiebeln Großer Bund frischer Oregano 80 g Butter Vanilleschote 100 g frisch geriebenen Bergkäse, Emmentaler, Grajatser oder Comtee 2 Esslöffel gutes, natives Olivenöl, extra Virgin oder ein anderes, hochwertiges Pflanzenöl Weitere Zutaten Frisch gemahlener Pfeffer, Salz aus der Mühle, 50 g Butter zum Ausfetten der Form Folgende Utensilien werden benötigt Küchenwaage, Topf, Pfannenwänder, Schüsseln, scharfes Messer, Schneidebrett, Käse oder Küchenreibe, große, hohe Grateng oder oder Auflaufform 30 x 30 cm Zubereitung Vorbereitung Das Backrohr bei Ober-Unterhitze auf 190 Grad Celsius vorheizen Die Tomaten waschen, den Stielansatz entfernen und in Scheiben schneiden Das Grüne der Frühlingszwiebeln abschneiden und in feine Ringe geschnitten beiseite stellen Die Knoblauchzehen schälen und wie das Weiß der Zwiebeln fein hacken Die Form mit Butter ausstreichen Das Brot enterenden und fein hacken Den Oregano grob hacken Tomatengratte Die Butter im Topf erhitzen und den Knoblauch sowie die Zwiebelwürfel glasig andünsten Nun in die Gratinform die Tomatenscheiben schichten Mit Salz, Pfeffer, dem Mark der Vanilleschote und einer Prise Zucker würzen Darüber den Oregano sowie das Grün der Frühlingszwiebel verteilen Die fein gehackten Brotwürfel mit der Zwiebelknoblauchbuttermischung vermengen Auf den eingeschichteten Tomaten verteilen Den Käse darüber reiben Das Gratin mit Olivenöl beträufeln Bei Ober-Unterhitze mit 190 Grad Celsius im vorgeheizten Backrohr für ca. 40 Minuten goldgelb überbacken Auf vorgewärmten Tellern noch heiß, am besten mit Blattsalat servieren Noch einige Tipps Das Gericht eignet sich hervorragend zum Einfrieren und kann sogleich in größerer Menge bedenkenlos bevorratet werden Vor dem erneuten Genuss auftauen und kurz im Backrohr erneut aufbacken Getränketipp Ein gutes Glas Rotwein, Muskerteller oder grünen Feldliner Als Beilagen eignen sich Salate je nach Geschmack und Saison Frisch gebackenes oder vom Bäcker besorgtes Fladenbrot, Baguette, Ciabatta, Pide, Weißbrot oder Toastbrot mit Butter Diese Varianten gibt es Zusätzlich 100 Gramm guten Parmaschinken oder Sendaniele-Schinken, Serrano-Schinken, Schwarzwälder-Schinken oder Kochschinken auf die Tomaten legen 50 bis 100 leicht und ohne Fett geröstete Pinienkerne oder Sesamsamen schmecken immer Die Tomaten durch anderes Gemüse wie Zucchini, Aubergine, Kürbis oder anderem Gemüse je nach Saison und Geschmack ersetzen Den Oregano durch andere Gewürzen wie Basilikum, Thymian, Salbei oder Petersilie ersetzen Viel Spaß bei der Zubereitung und guten Appetit!